Okay, wir sind hier zum Let's Play Harveys Neue Augen. Ich bin Till und mein Kollege ist der Niklas. Wir sind hier gerade an der Stelle, wo wir den beiden Tollkurschen-Tee geben sollen, damit sie die Wahrheit sagen über etwas. Und los geht's. Hat sie die Tasse runtergeschmissen? Böses Mädchen. Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar, das ist wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich ja... Ja. Kleiner Sprechfehler. Zu beruhigen Sie sich. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Achso, und der Dr. Marcel. Das möchte ich nochmal sagen. Der sieht übrigens super hübsch aus. Da kriege ich gleich Hunger, wenn ich den sehe. So mit... Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken. Aber sie stand kurz vor, neuem Tee zu servieren. War ja kein Problem. Aber warum sollte sie jetzt neues Warten... Und die Pflanze, die dort in der Zimmerecke steht, passt perfekt zum Geiste der Gruberin. Ausgelassen, friedvoll und wir müssen jetzt rausgehen. Ja, kurze Blackscreen. Ja, Smalltalk. Wie geht's hier so? Gut, und dir? Super. Nein, das muss der jetzt kommen. Mist, ey. Mist, ey. Programm... Riesen. Äh, die Maus ist weg. Ja. Äh, ja. Und wir sind am Ende. Weil hier gerade gar nichts mehr funktioniert. Na da. Also, wir sind am Ende.